der mann gab einen guten tipp ja alles easy ich finde das schon noch heraus keine angst ja er kommt jetzt da hinten wieder raus hallo kein weg hier raus weißt du ich bin an dir dran es ist vorbei ich hoffe der kommt jetzt nicht hierher wir waren oben noch gar nicht fertig jetzt ist er wieder oben er kann sich auch nicht so ganz ich sehe dich die die Scheiß drauf! Wo bist du? Wurdest du hell direkt? Was müssen wir denn jetzt machen? Wir bauen noch einen dritten Hundekopf, das heißt wir müssen dann nochmal hoch irgendwie. Wir haben jetzt zwei gehabt, ne? Ein, zwei Hundeköpfe am Mio. Führerschein, E-Mail, antike Münzen, Flinten, Munition, Schießpulver, Kraut, Chemikalien, Holzstatue. Was ist das? Was ist das? Hä? Was soll das sein? Ist das irgendwas, dass wir woran hängen müssen? Wie eben das Pendel? Ich weiß es nicht. Nehmen wir es mit. Ja komm, wir nehmen es erstmal mit. Schaden kann es ja nicht. Die Frage ist jetzt, wo ist Fudden? Ich speichere nochmal ganz kurz, bevor ich weitergehe. Ich will dem halt nicht direkt in die Hände laufen, ne? Na komm, let's try. Ethan! 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 Oh, ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Was? Wie er sich kratzt. Du weißt nicht, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... So. Jetzt sind wir erstmal wieder oben. Ist ja auch zu. Evelyn. Hier! Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen! Ist jetzt unten oder oben? Okay, da unten ist er. Du gehst nirgendwo hin! Da kommen wir wahrscheinlich wieder... Und hier ist wieder das Badezimmer. Ist wieder nix. Und hier... Hä? Hä? Was sollen wir denn jetzt machen? Ach, wir müssen ja noch ans Telefon gehen. Stimmt. Okay, wir haben noch ein Kraut gefunden. Das können wir nochmal kurz weg tun. So. Ne, 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 ich glaub nicht, dass der Gillette Windows so wie der aussieht. Ne? Okay. Lass uns nochmal versuchen ans Telefon zu kommen. Okay. Okay. Ach nein, ich hätte erst ans Telefon gehen sollen. Ah, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ein Adler greift einen Hund an zu wenden das Objekt wählen vielleicht machen wir hier irgendwas ich weiß nicht wo der Anruf ist ah guck mal da ist eine Dingens ist das vielleicht oh das ist ja die richtige Aufgabe für mich ich bin so unfähig was sowas angeht denn da ist ein Schnau ja doch das das könnte ne oder hä das ist wahrscheinlich nicht so richtig was ist ui schau mal einer guck Geheimgang tja wer baut diesen Mist das wüsste ich auch mal gerne oh bitte kein Jobscale jetzt ja was ist das denn ha hallo hallo Hirsch und Klo Hirsch und Klo im Inventar haben wir auf jeden Fall noch genug Platz oh Mensch ey das ärgert mich jetzt richtig dass wir den Anruf nicht gehört haben hier ist nichts dran Pistolen Pistolen noch mehr Pistolen Muni aha ach so das ist nur dazu Psychotonikum finden sie Objekte mit Psychotonikum der Opa jetzt hier auch hinkommen kann oh Munition nice hm okay skipt also Mira von den Tieren occasioning husband and wife the husband was a success he is the 12th unfortunately the wife was no good so we will just get rid of her July 7th three college girls they are all run Lucas is a damn idiot August 13th homeless man turned in three days he is the 13th ist das denn sieht ein bisschen aus wie die Viecher von ähm ähm stranger things uh halliado einhorn grüß dich na mir geht's super wie geht's dir alles gut bei dir und ganz wichtig wie war der Geburtstag okay schön hier aber irgendwer ist hier ein ganz schöner Raucher ja weg damit was ist denn hier los wer ist das was zum what the fuck wohnen hier Kinder ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber äh Alter die sieht so gruselig aus kann ich das auch wieder zumachen nee aber jetzt macht das die ganze Zeit Geräusche ist er weg ja das sieht ja hier überall so aus was ist das noch viel besser was war das eben für ein Ding ganz gut sehr schön sehr sehr schön aber Kuchen ist immer gut ne auch wenn es einem danach schlecht geht Kuchen ist immer schön mhm als ob ich da in den Keller gehe aha Pistolenmunition oh da ist oh ah save point wui dear Courtney those bastards are looking for me but maybe this gives you a chance to escape this cape you have to find the reliefs shaped like dog heads I saw one on the heads in the dissection room underground get it it's the key out of here something's wrong with me achso irgendwas stimmt mit mir nicht muss an dem Mist liegen den sie mir reinwürgen wenn ich schon darauf gehen muss will ich zumindest im Kampf untergehen ich werde die Flinte schnappen die ich im Freizeitraum gesehen habe die werde noch bereuen was sie mir angetan haben du musst hier rauskommen ich liebe dich Courtney liebe Travis okay also Travis ist anscheinend auch hier oder war hier zumindest den ganzen Bums brauchen wir erstmal nicht oh guck mal wir haben ganz schön viel Pistolen Munition ähm du wagst dich morgen mal wieder in den Supermarkt das ist aber eine ganz schön riskante ein ganz schön riskantes Vorhaben gut ähm ich weiß nicht nehmen wir jetzt die ganze Pistolen Muni mit wir können sie eigentlich nicht verlieren ich glaube nicht dass wir jetzt so viel finden werden das äh wechselt nicht verraten ne aber trotzdem danke für die Info dass ich die Munition brauchen werde aber davon bin ich jetzt doch äh schon Silber ausgegangen denn äh wir begeben uns jetzt in den Keller und wie jeder weiß der Keller ist immer ein Ort zum von der anderen Seite verschlossen da sind das eklige Geräusche hier überall Alter what the fuck ist es tot in den Keller gehe ich nicht mein real life hm also bis jetzt finde ich geht's noch oh was nein 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 was mach ich denn oh ich bin ein Trottel ach nöö oh jetzt hab ich eins verbraucht nee komm wisst du was nee komm wir machen's wenn wir verkacken verkacken war dann ist das so Lukas ich hab den Kerl geschnappt der immer zu fliehen versucht ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt damit er nicht viel abhaut hol ihn raus wenn er fertig ist du weißt doch wie man die Tür öffnet oder denk dran 3a und ein Handabdruck mach mit dem Mädchen was du willst Travis verschlossen nice hm 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 okay also irgendwie müssen wir das Teil noch öffnen aber ich weiß noch nicht so ganz wie an der anderen Seite verschlossen aha Karte des Verarbeitungsbereiches so ein Kraut und Pistolenmunition immer was nice Skorpionsschlüssel Karte des Verarbeitungsbereiches